Warum Spooky2? Die günstigste Riefemaschine auf dem Markt. Mehr als 50.000 kostenlose Programme jederzeit verfügbar. Mit Kits ab nur 166 Dollar macht Spooky2 die Riefetherapie für jeden zugänglich. Wir haben für jeden Bedarf das passende Set. Mit über 60.000 kostenlosen Programmen können Sie gezielt an verschiedenen gesundheitlichen Themen arbeiten, egal, ob Sie präventiv oder gezielt behandeln möchten. Schnelle Ganzkörperscans für verborgene Beschwerden. Unsere Spooky2-Software ist die leistungsstärkste Riefesoftware der Welt. Mit nur 6 Minuten pro Biofeedback-Scan erhalten Sie maßgeschneiderte Frequenzen, die genau auf Ihre persönlichen Gesundheitsbedürfnisse abgestimmt sind. So einfach war personalisierte Therapie noch nie. Heilung wo und wann Sie wollen. Mit Spooky2 können Sie Heilung jederzeit und überall erfahren dank unserer Ferntechnologie, die auf Einsteins Konzept der spukhaften Fernwirkung basiert. Ob Sie gerade zu Hause entspannen oder unterwegs sind, Ihre Therapie läuft weiter, ohne dass Sie physisch anwesend sein müssen. Teil einer weltweiten Community Mit Spooky2 sind Sie nicht allein. Treten Sie unserer globalen Community von über 100.000 Anwendern bei. Tauschen Sie sich mit anderen Nutzern aus und profitieren Sie von der Erfahrung von 30.000 Experten, die in unseren Foren und der Facebook-Gruppe immer zur Verfügung stehen. Hier wird Unterstützung großgeschrieben. Erstklassiger Kundenservice Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Mit über 20 Kundenservice-Mitarbeitern und 30 zertifizierten Trainern stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Seite. Nutzen Sie unsere wöchentlichen kostenlosen Schulungen und profitieren Sie von lebenslanger Unterstützung, einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie und einer zweijährigen Garantie ohne Sorgen und ganz unkompliziert. Und das Beste? Spooky2 passt perfekt in Ihren Alltag. Sie können es verwenden, während Sie schlafen, arbeiten oder einfach entspannen. Die Therapie läuft, wann immer es Ihnen am besten passt. Unsere Mission bei Spooky2 ist einfach. Wir möchten Hoffnung und Heilung in jedes Zuhause bringen. Mit unseren erschwinglichen, benutzerfreundlichen Geräten und einer engagierten Gemeinschaft an Ihrer Seite ist Spooky2 Ihr vertrauensvoller Begleiter auf Ihrer Gesundheitsrase. Erleben Sie Spooky2 und entdecken Sie natürliche Heilung neu.